Stefan Güth ist ein deutscher Fernsehmoderator und Journalist. Leben Stefan Güth wuchs in Rüthen auf. Dort besuchte er das Friedrichspieh-Gymnasium und absolvierte seinen Zivildienst. Nach seinem Abitur studierte er Germanistik und Anglistik an der Universität Paderborn und der Aston University in Birmingham. Sein erstes Staatsexamen auf Lehramt der Sekundarstufe I und II absolvierte er im Dezember 2001. Parallel zu seinem Studium arbeitete Stefan Göde als Moderator bei Hellweg Radio, einem Lokalradio im Kreis Oost. Er hospitierte in der Redaktion von RTL Extra und war freier Mitarbeiter bei Sabine Christiansen. Moderierte Sendungen 2002 bis 2005 Bits 2005 bis 2009 Taf 2008 bis 2009 The Next Uri Geller Unglaubliche Phänomene Live 2008 Uri Geller Live UFOs und Aliens Das Unglaubliche TV-Experiment Seit 2009 Galileo 2010 Crazy Competition 2011 Galileo Spezial 2011 The Voice of Germany 2014 Was Weiß Ich Ausrufe Zeichenpunkt Auftritte in Filmen 2013 Fuck Your To Goethe wurde 22 21 27 22 22 24